Yo, 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 meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Cengiz44TV. Heute soll es eine weitere Runde Rocker-News geben. Und diesmal geht es um den Prozessauftakt, wo vermeintlichen Gründern der Bandidos schwere Vorwürfe gemacht werden, dass sie gewisse Sachen in Auftrag gegeben hätten, die seit 2018 so passiert sind. Und da gehen wir gleich mal ein bisschen rein in die Materie. Und vorher gibt es aber noch das Intro. Also, wir sehen uns gleich wieder. Jo, da sind wir auch schon wieder. Also, meine Freunde, ich habe hier als Quelle der Westen mir ausgesucht. Und andere Quelle ist die Westdeutsche Zeitung. Ich lese euch das auch gleich nochmal einzeln vor. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es gab ja Vorwürfe erst gegen einen Sergeant at Arm National. Und später wurde das dann ausgeweitet auf andere Nationals, die seit 2018 irgendwelche Aufträge gegeben haben sollen. Zu gewissen, ich sag mal, Ereignissen, die so passiert sind, ja. Schießerei hier und so weiter. Da gab es diverse Sachen. In Köln das Ganze, wo der Bandito Präsi sich mit einem Hells Angel da aneinander geraten ist und das zu einer Schießerei gekommen ist. Also, diese einzelnen Konflikte von einzelnen Mitgliedern sollen jetzt zusammengepackt in diesem Prozess nochmal aufgerollt werden, weil angeblich dahinter jedes Mal irgendwelche Auftraggeber waren, ja. Und meine Meinung dazu erfahrt ihr gleich. Ich werde das auch nochmal anhand von einem konkreten Beispiel festmachen, warum ich diese Meinung habe. Aber wir gehen erstmal in den Artikel rein, würde ich vorschlagen. So, und zwar, ja. Der Westen schreibt, NRW-Prozessauftrag nach Rockerkrieg. Schwere Vorwürfe gegen Banditosgründer. Und dann geht es hier ab. War ja am Donnerstag. Ich hatte bei der letzten Rocker-News, glaube ich, auch gesagt, dass es am Donnerstag losgeht. So, und dann geht es hier ab. Hagen, das Sicherheitsaufgebot am Donnerstagmittag am Landgericht Hagen, NRW, ist groß. Bereits mehr als 30 Minuten vor Beginn der Verhandlung positionieren sich mehrere Polizisten vor Saal 201. Wie dramatisch. Der Grund ist der Auftakt eines Rocker-Prozesses. Fünf Mitglieder des Banditos-MC, darunter die Gründer der Banditos-Deutschland, müssen sich vor dem Landgericht Hagen, NRW, unter anderem wegen versuchten Mordes, illegalen Waffenhandels oder auch wegen der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verantworten. Fünf Banditos vor Landgericht Hagen. Die fünf Angeklagten, Leslav Thaddeus H. 58, Peter M. 56, Björn B. 51, Selhatin E. 38 und Fellat G. 23 stammen aus Hagen, Dortmund-Herne und Schermbeck. H., E. und G. befinden sich zurzeit in verschiedenen J-Huers in Untersuchungshaft. Hier wird dann nochmal drauf eingegangen, wer in dem Bild zu sehen ist. Überflüssig finde ich sowieso immer affig, dass sie da so eine Zuschaustellung veranstalten. Der mehrseitigen Anklageschrift führt zurück bis ins Frühjahr 2018. Damals sollen H, M und B und E beschlossen haben, also das sind das sind alles Nationals und die sollen beschlossen haben, ihre Herrschaftsanspruch im westdeutschen Bandidos-Territorium, allen voran Hagen, Köln, gewaltsam durchzusetzen. Les Lafter D.S.H. soll damals in der Rolle des National Vice Presidente der Federation West Central agiert haben, des größten Bandidos-Regionalverbandes in Europa. Anschließend soll Selhatin E. im September 2018 eine Bestellung von 50 Walter P-22-Pistolen im Auftrag gegeben haben, die an die einzelnen Regionalgruppen, Chapter, verteilt werden sollten. Anklageschrift spricht von zwei brutalen Racheaktionen. Am 24. November 2018 eskalierte die Lage. Gegen 1.24 Uhr wurden Schüsse auf das Kölner Café Türkisch Deluxe abgefeuert, in dem sich einige Bandidos aufgehalten haben sollen. Die Rocker-Kollegen haben schnell einen Sündenbock gefunden. Hells Angels-Mitglied Elstin E., der nun für seine Tat büßen soll. Wie gesagt, ich lese dir nur vor. Das ist... Ich würde so eine Sachen so nicht sagen. Deshalb sollen zwei gesondert verfolgte Verdächtige am 8. Dezember auf der B55A in Köln mehrfach auf das Auto von Elstin geschossen haben. Ich glaube, die einzelnen Themen habe ich alle schon in den Rocker-News behandelt. Das heißt, wenn euch jetzt das eine oder andere bekannt vorkommt, dann liegt es einfach daran, dass ich schon über die Sachen geredet habe. In diesem Prozess sollen jetzt aber diese einzelnen Sachen, die gewesen sein sollen, immer Auftrag von den angeklagten Herrschaften gewesen sein. So, dieser befand sich jedoch nicht im Wagen. Einer der Insassen wurde im Kugelhage lebensgefährlich verletzt. Den Auftrag für das Attentat soll der angeklagte Selatin E. gegeben haben. Nur wenige Wochen später folgte die nächste mutmaßliche Vergeltungsaktion. Nach einer Schießerei zwischen dem Kölner Banditos-Präsidenten hatten wir, glaube ich, auch alles abgehakt und dem Hells Angels-Mitglied Orhan A. Am 4. Januar 2019 soll E. erneut einen Gegenanschlag angeordnet haben. Der angeklagte Fellat G. soll mit einer weiteren Person 14 Schüsse in Kopf- und Hüfthöhe auf die Eingangstür des Kölner Lokals Jokers abgefeuert haben. Dessen Inhaber war der Vater von Orhan H. Glücklicherweise wurde bei dem Angriff niemand verletzt. Das war diese Sache, wo angeblich mit einer Skorpion, also mit so einem Maschinengewehr durch die Tür geballert wurde. Am 16. November soll Fellat G. für diesen Angriff auf das Jokers das Patch Expect No Mercy verliehen worden sein, wodurch er zum vollwertigen Banditos-Mitglied aufstieg. Also entweder die meinen hier, er wäre Prospect gewesen und hat und wurde dann aufgepatcht, weil ein Expect No Mercy macht dich nicht zum vollwertigen Banditos-Mitglied, das bist du vorher schon. Auch der angeklagte Bion B soll einen Mitglied dieses Patch für die Schussabgabe auf ein Mitglied der Freeway Riders verliehen haben. Bei dem Wort muss ich mich immer konzentrieren. Verteidiger kritisieren schwache Beweislage. Trotz der filmreifen Anklageschrift bleibt der erste Verhandlungstag unter dem Vorsitz von Richter Bernhard Kuchler erstaunlich ruhig. Keiner der Angeklagten will sich zu irgendeinem Thema äußern. Zeugenaussagen sind keine geplant. Doch als Rechtsanwalt Lars Bröckeler das Wort ergreift, wird es noch einmal kurz hitzig im Saal. Da kommen wir dann gleich zu. Jetzt wird hier nochmal der Banditos-MC kurz beschrieben. Banditos-MC, Motorcycle-Club, BMC, Abkürzung, Rockerclub, die ist das, Texas gegründet, Schätzungen auf 5000 Mitglieder, 210 Ortsgruppen in 22 Ländern, ja, Verfassungsschutz, Überwachung, die ist das. So, und jetzt kommen wir zu der Aussage vom Verteidiger. Denn der Verteidiger schießt scharf gegen die Staatsanwaltschaft, wirft er erhebliche Schwachstellen in der Beweisführung vor. Viele der Anklagepunkte würden auf unbewiesenen Indizien beruhen, entlastende Hinweise dagegen seien ignoriert worden, die vorgeworfenen Taten seien keinesfalls aus einem territorialen Herrschaftsanspruch heraus entstanden, sondern jeweils aus einzelnen, ganz persönlichen Konflikten der Beteiligten heraus. Die Angeklagten, die größtenteils zur Führungsebene der Banditos gehören, hätten diese nicht angeordnet. Dass die Staatsanwälte sogar Details aus dem gemeinsamen Rocker-Roman Ziemlich böse Freunde der Angeklagten H und B als Beweis nutzt, kann Börgeler nicht fassen, das Buch sei überspitzt und dramatisch, um die Verkaufszahlen zu steigern und spiegelt und spiegele nicht die ermittlungstechnische Realität wieder. Das ist halt auch so Banane, oder? Die nehmen da echt ein Buch daher und benutzen das irgendwie um irgendwelche bestimmte Prozesse, die vor sich gehen, um die damit quasi untermauern zu können. Das ist halt echt schwach. Also wenn man sich schon auf ein Buch beziehen muss, weil man sonst nichts hat, ist das wirklich schwach. Für das Verfahren sind satte 36 Verhandlungstermine angesetzt, bis Ostern 2021 soll ein Urteil gefällt worden sein. Für versuchten Mord als schwerstes angeklagtes Delikt sieht das Gesetz im Regelfall eine Freiheitsstrafe von 3 bis 15 Jahren vor. So, dann gehen wir nochmal hier kurz rüber zur Westdeutschen Zeitung. Hier wird nochmal ein bisschen was anderes gesagt. Also im Prinzip genau dasselbe. Und dann hier in beiden Attentaten soll die übergeordnete Federation West Central involviert gewesen sein. Die Freiteidiger griffen die Anklageschrift hart an. Im Namen seiner Kollegin war Verteidiger Lars Burgeler der Staatsanwaltschaft vor, eine bloße Aneinanderreihung von Vermutungen und Spekulationen vorgelegt zu haben, die jeder Grundlage entbehre. Sämtliche Anklagehypothesen sind entweder falsch oder werden den Prozess nicht sich beweisen lassen, sagte Burgeler. Das gelte besonders für die Unterstellung, die Federation West Central sei den einzelnen örtlichen Chaptern übergeordnet und weisungsbefugt. Das stimmt einfach nicht so der Verteidiger. Alle Chapter sind weitgehend selbstständig, deshalb sind wir optimistisch in dem Prozess an sämtliche Anklagevorwürfe widerlegen zu können. So, ähm, das soweit von den Zeitungen und, ähm, jetzt meine eigene bescheidene Meinung zu der ganzen Nummer, was ich gerne anhand von einem Beispiel festmachen möchte. Also erstmal möchte ich sagen, ähm, es ist absoluter Bullshit. Also, dass sie auf ein Buch zurückgreifen müssen, zeigt schon, wie verzweifelt die Herren irgendwo sein müssen von der Staatsanwaltschaft, dass die da keine anderen Beweise haben, außer, äh, irgendwo ein fiktives Buch. Ähm, an, äh, an nächster Stelle möchte ich anmerken, das sind alles gestandene Männer in dem Club, ja, das sind alles gestandene Männer und du zeigst dir nicht in eine Richtung und die laufen wie, äh, hier in gewaschene, Idioten, alle, alle in die Richtung und tun das, was du sagst, ja, so funktioniert das einfach in einem Club nicht, ja, da wird, äh, über, über, über jeden, über jeden Scheiß, der ansteht, wird, wird sich da tot diskutiert, ja, ich kann mal ein Beispiel geben, zu meiner Zeit, äh, kam das gerade so in Mode mit den verschiedenen farbigen Kutten, ja, dann haben Leute weiße Kutten gehabt, Leute haben Camouflage-Kutten gehabt, es haben Leute braune Kutten gehabt, es haben Leute die, die Oldschool, äh, Jeans-Kutten gehabt, und, 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 so, und einige Leute hat es gestört, ja, die fanden das einfach scheiße, dass jeder irgendwie rumläuft, die er Bock drauf hat, dass das, das schöne Gesamtbild auf Ausfahrten beispielsweise kaputt macht, wenn jeder da mit irgendeiner, mit irgendeiner anderen Kutte um die Ecke kommt, ja, also sollte beschlossen werden, ey, wir wollen nur noch die traditionelle Jeans-Kutte und die schwarze Kutte haben, ja, dieses ganze Camouflage und weiß und braun und beige und hast du nicht gesehen, wollen wir nicht mehr haben, ja, dafür, um, um das durchzusetzen, hat es eines National Meetings auf dem National Run bedarft, ja, und am Ende wurde da gar nichts beschlossen, so, man hat es einfach, jeder hatte eine andere Meinung, hat einfach nicht gezogen, jeder hat sein eigenes Ding gemacht, weiterhin und deswegen konnte man sich nicht mal auf eine einheitliche Farbe für die Kutten einigen und da kommen die Leute von der Staatsanwaltschaft daher und meinen, dass wenn man nicht mal irgendwie sich auf eine Kundenfarbe einigen kann, weil jeder sein eigenes Ding macht, dass man dann einfach so Leute zu Straftaten auffordern kann, wo die Täter riskieren, mehrere Jahre in Bau zu gehen, die also das ist also an dieser an diesem Punkt hinkt das halt hart, das ist halt wirklich hirnverbrannt und wer das glaubt, dem ist echt nicht zu helfen, also so funktioniert das auf jeden Fall nicht, deswegen an dieser Stelle Freiheit für alle Jungs, die da gerade beziehungsweise Männer, die da gerade im Bau sitzen, in Untersuchungshaft wegen dieser Scheiße ich hoffe deren Unschuld wird schnell bewiesen und dass sie dann rauskommen weil das ist echt also das ist wirklich halt Humbug wie gesagt also dass man sich da auf ein Buch alleine stützt oder mit auf ein Buch stützt das ist ja schon das zeigt ja schon wie absurd das Ganze ist meiner Meinung nach so ihr könnt natürlich wie immer eure Meinung auch in den Kommentaren posten lasst ein Like da wenn euch das Video gefallen hat abonnieren nicht vergessen und in diesem Sinne ich bin raus wir sehen uns peace ciao